So, zurück auf Mario Kart 8 und ja, wir fahren heute mit Wario, Chica's und wir fahren mit der Flammenbike, was ich neu freigeschaltet habe und mit, fahren wir mit dem Schirm und fahren den Cup und zwar Sonnenflughafen, Delfinlagone, Disco, Strom, Waris, Abfahrt, wir haben uns schon mittlerweile den Blood Cup freigeschaltet und ja, und ja, den Special Cup, den holen wir uns auch noch an. Am Ende, auf den freue ich mich auch sehr. Wir fangen jetzt mal zum ersten Mal auch mit einem Bike an und das fangen wir auch mit dieser Strecke, den Sonnenflughafen an, dem Sternkampen natürlich. Ja, ich bin sehr gespannt, ein bisschen euphorisch, aber naja, nimm es mir nicht übel und die Bikes sehen auch cool aus und ja. So, aber die Bikes haben auch was Neues. Was man nicht machen kann, sind Wheelies, die konnten wir ja früher machen, was das ja auch für einer der Grund gewesen, warum die Bikes auch overpowered waren. Aber was die Bikes auch können, was mir auch aufgefallen ist, sie können diese Doppeldrifts. Jetzt auch. Was ich aber jetzt an sich nicht so schlimm finde, da die ja nicht mehr den Wheelie ziehen können und es keine Schafe zu den Bikes mehr gibt, wisst ihr. Und ich kann es mal zeigen, ja hier. Ich habe das gerade gesehen und ja. Und jetzt gibt es zwei Passagen, einmal hier unten, einmal oben. Jetzt habe ich verfehlt nach den unteren Passagen. Aber ich versuche euch noch die obere Passage auch noch zu zeigen. Ja, und jetzt geht es gleich hier oben an die Decke, kann man sagen. Und gleich auch über die Decke, äh an die Wand und über die Decke. Oh Gott, ich spreche hier dann auch hier auch so Teile, wo man ein bisschen boosten kann quasi. Und auch Flugzeuge fliegen hier ein bisschen rum. Oder versuchen mich zu verwirren, keine Ahnung. Und ja, die Banane habe ich mal schön in die Tribüne geworfen, damit die Fans auch mal was haben können, damit die auch essen können. Und ich sorge mich natürlich um die Ernährung. Und ja, hier geht es zu den Gates. Gates halt, ne, kennt ihr. Wenn ihr ja kennt, wer da geflogen ist, der weiß natürlich, wer das heißt. So, und ja, das Bike. Vom ersten Eindruck her nicht. Ja, toll, wieder nicht geschafft. Ja, ich fokussiere mich zu krass auf den ersten. Muss ich zugeben. Und ja. Oh, nein. So. Was jetzt? Wir sind immer trotzdem. So, das ist es. Gut und oh. Jawohl. Jawohl. Nob-Porn-Münzen gesammelt. Wird zwei mehr. So, gut. Jetzt sind wieder im Flughafen angelangt und sind in der letzten Runde. Aber das sind mit einem Piranha-Pflanze. Sehe ich gerade aus dem Augensinkel. So. Gut. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich die Kurve kriegen. Oh, jetzt kommt. Ich habe extra keinen Trick gemacht, um euch zu zeigen. Wenn ich einen Trick gemacht hätte, ein bisschen zu weit gesprungen wäre, wäre mir schön gewesen. Da habe ich jetzt zumindest das mal gezeigt. Jetzt geht es hier hoch. Für mich auch ein bisschen auch dargestellt, auch die Kanonen, also die Kanonen auf Mallcarp wie, ersetzen die auch ein bisschen so diese Schmiegerei, die man gerade gesehen hat. Und jetzt haben wir eine schöne Landung, sehr schön. Oh, ob der guckt. Oh, ob der guckt. Oh Gott. Also ich bin noch ein bisschen schneller machen. Also man nimmt es auf jeden Fall nicht um. Ich bin hier auch richtig warm. Hier. Und ganz wichtig, versucht hier diese Teil zu treffen, weil, das ist mir passiert. Ich habe einmal nichts getroffen. Und bin mir dann untergefallen. weil obwohl sie sehen dass man direkt wieder aufrufen dass man gleich also zwei drei Sekunden bestraft wird kann man sagen also versucht das nicht sagen beim Markt für Wasser so in einem Unternehmung das war z.B. Geistetal z.B. wenn du einmal da runterfällst dann hast du verloren wenn deine Gegner sucht mit Skillern dabei bist dann hast du die Leihalte Spieler sind einer davon runterfällt aber hier so fast zwei Sekunden verloren wenn man Pilz hat weil die ersten Krieger meistens kein Pilz ja deswegen jung 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 Piranha pflanzen was will man ich muss sagen manche bin ich euch sprachlos wie aber nicht Prozent also im positiven Sinne muss man sagen weil ich einfach nur überrascht bin einfach nur fasziniert bin von dem Spiel ihr seht schaut mal die Grafik an hier das Wasser halt die Texturen sind einfach so schön also sieht er hört sich ein bisschen an natürlich als nur schönreden aber bitte das kann man auch echt nur schönreden also ich finde so z.B. Newsomar Prostu was wir auch irgendwann auf meinem Kanal auch erscheinen wird um auch wenn sie auch schaut euch mal an auch vorne was ich gerade gewinnt hat das sind auch Spuren von den Autofahren ja im Sand das ist auch cool so Reifenspuren das gefällt mir auch sehr im Wasser sind die natürlich nicht vorhanden weil die ja sofort weg sind und so also man hat schon sehr sehr viel auf die Details geachtet und das ist auch meistens was auch Spiele auch teilweise auch aufwerten Details also zumindest für mich wenn ich so ein Spiel spiele und ich denke auch geiles Spiel rachte ich auch schon ein bisschen auf die Details bei meisten sind die Details mir auch wichtiger so das werdet auch manchmal auch die Spiele auf muss ich sagen und ja so ach der fünfte Platz schade nein ey wie scheiße ja I hate you genau das ist doch scheiße manchmal ey da hofft man manchmal echt mal Glück und dann kommt so ne scheiße ey man jetzt kann ich den Sieg wieder vergessen ach sorry ach man Disco drum ich naja ist ja jetzt nicht so schlimm gewesen ja hier hat man auch ein bisschen was von der Instrumentalpiste von der 3DS Version geholt äh also erinnert mich ein bisschen da dran ähm aber werdet ihr auch gleich sehen was ich so genau meine erstmal fahren wir ein bisschen der Decke entlang äh ich habe mir erstmal gedacht wie machen die das mit der Decke so man sieht schon hier wir fahren hier wirklich an der Decke und so oh Gott ey was soll das denn tschüss mir geht es auf zwei Wege die beiden Wege werde ich euch wie gesagt alle auch noch zeigen erstmal zeige ich euch den einen Weg und hier auch Musik aber ich sag nicht schön es ist einfach nur ein Traum also man fahr auf dieser Pass oh man so ein bisschen aus ist so es war aber jetzt wird die Passage musikaufkommen aber ich komplett ausgeleitet natürlich nicht aber so ein bisschen ähnlich so das ist nicht schön so 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 oh Gott also wo ich manchmal ne Bananen schmeiße ich mir manchmal echt ne Hetzel so oh ein bisschen Feuer schön nicht so mehr Alter ich hab echt die Arschkarte hier irgendwie ne ich bin hier saumäßig geowned hier man ich hab das so nicht verdient oder hab ich mein sie doch hab ich das verdient? ja ehrlich denkt ihr das ich verdient habe? einfach in die Kommentare so gut komm immer welche jawohl komm ah schade kein mehr Glück tschüss 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 boah scheiße ich ich schaste die Bananen hier man man ich kann nur dann mal richtig ausweichen euch so noch dann 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 so nicht Alter warum mich nicht Alter so der Scheiß ich bin schon mal 5 da neppert mich jetzt dritter lol oh man ok sind noch Chancen offen naja ach nicht glücklich aber naja Daisy muss letzter sein aber das glaub ich nicht dran ok der zweite Platz ist noch drin der zweite Platz ist auf jeden Fall noch dran so Varios Abfahrt und hier ist auch eine quasi so ne Sache aus Mario Kart 7 und zwar gibt's hier ist diese Strecke hier Abteilung hier sieht man schon wir fahren aus einem Flugzeug raus äh und das heißt wir kommen auch nicht mehr wieder und das wird auch ähm ja in drei Teile geteilt also in drei Abteilungen quasi was es ja schon in Mario Kart 7 gibt und ja und wir fahren auch mal in Schnee so ich hätte mich echt gewünscht dass man äh also was ich mir so als Remake gewünscht wäre zum Beispiel Mario Colosseum oder so was mir auch gewünscht hätte ist ähm zum Beispiel auch ähm wie hieß das ich doch die Karschikane die hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht also ich liebe diese beiden Strecken muss ich sagen ich hätte dich gerne gesehen auch Piers da sehr viel noch einmal aber naja komm obwohl ganz modernisiert würde mich auch mal interessieren ne und jetzt sind wir schon mal im zweiten Teil wie ihr grad gesehen habt äh also wie gesagt in drei Teile so und wow wunderbar und man sieht schon wir fliegen noch ach schade so gut da kann man alles hinter mögliche Fallen aufstellen so komm okay und jetzt hier die Passage oh Gott ist ja nicht und jetzt jawoll und jawoll oh ich wollte noch oh äh wo ist der das erste das erste ich hab erstmal gedacht okay ich sag den linken dann den rechten dann den oh ist ja mein Teil so oh die Baumstäme sehen auch schön aus und das Schnee ne oh ist das schön ist das schön und man sieht auch schon an den Reifen noch ein bisschen Spuren oh scheiße vom Schnee und jetzt oh gut das wollen die anderen ja auch nicht ich gut und jetzt die Abfahrt von Vario und der Absturz ahaha so komm oh je okay hier gehts doch ab hier und jetzt komm ah so gut und die Trisserei hier komm jetzt der Finale komm jetzt wirds nochmal spannend so scheiße gut komm 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 den haben wir uns noch verdient der mal verdient bitte bitte nein bitte fahr 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 super der erste Platz geschafft und den gerettet kann man sagen ja Mario freut sich wir haben den zweiten Platz noch geholt sehr schön da sie hat den verdienten ersten Platz geholt mit 45 50 Punkten kaputt hat man äh hat man es verdient aber wir haben Vario vom zweiten Platz entthront und haben ihn nur auf den dritten Platz verleitet das ist schön und ja dann gehen wir auch gleich in die nächste Retro Cup also in der nächsten Folge und zwar zum Blood Cup aber erstmal die Siegesfeier für den Sieger für Daisy über spüren